In diesem Video, ich glaub das war Angst irgendwo gegen zu fliegen, man ist halt so unsicher oder drauf Ayo Ayo, wir wollten eigentlich Schlitten fahren gehen Jetzt gleich im Schneesturm Aber Schlitten fahren ist unwild, deswegen haben wir Liebeschlüssel Dicker seid Liebeschlüssel Wir haben hier schon mal so Ja, es sind Dinge passiert, sagen wir mal Und da ist schon so ein Seil dran Dass man das ziehen kann, das ist auch so theoretisch Aber wollten wir einmal noch unser Logo raussprayen Das machen wir, und dann gehen wir das einfach fahren Das ist ja ein wilder Plan Ok, schwarz manieren als Bren Let's go Wollen wir nur die Mitte? Oder alles? Eigentlich lassen wir nur die Mitte, weil Ja, sonst trocknet das nicht Ayo, jetzt kannst du eigentlich auch alles machen Ich meine, es trocknet ja an den Seiten auch eher schneller als in der Mitte Warum? Warum? Weiß ich nicht Nur ist das übrigens auch dabei I'm here Weil dieser Intensismus und dieser Ah, ich habe mich verheddert 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 Aber strong Leo Talent Dann lass dich her wohl darauf legen Die pappt jetzt sogar so ein bisschen dran Richtig runde. Richtig runde. Richtig runde. Richtig runde. Wollen wir das so schräg machen, hier so? Schon, oder? Das ist normales Umwelt. Kann er das schon machen. Ich glaube, das ist egal, weil wenn sich die am Ende eh dreht. Ich würde blau machen und so mit so weißen, wenn wir so eine ganz dünne Düse haben, so weiß, so Outlines. Aber ich weiß nicht, ob wir das gut hinkriegen. Wir können uns da eigentlich eh gleich nicht draufsetzen. Richtig saftig, Alter. Ja, wir müssen das eigentlich so halten. Sonst muss ich halt... Du musst halt... Du musst halt gerade halten, aber es geht halt nicht so richtig. Du 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 du. Oh. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir die gleiche Schablone nochmal bei Julius Motorhaube verwenden sollen. Ey, das passt sogar, glaube ich, ganz gut sogar. Ja, das kommt dann. Du bist überzeugt. Safe. Ey, aber ich würde trotzdem einfach... Guck mal, wir können auch hier so ein Rechteck mit so einer dünnen weißen Düse spielen, dann noch so ein Stern. Warum Stern? Wegen Bums. Das hast du so wie bei deinen Dingsbums da. Ach so, das ist doch kein Stern. Oder halt ne... Explosion. Aber wir kriegen das so gut hin. Safe nicht, oder? Nein. Na, so ne Dreiecke. Ja, aber ganz kurz, so ne Dreiecke ist doch jetzt nicht so kritisch. Wir haben jetzt richtig lange an dieser Schablone gesessen. Und wenn wir erst wieder frei Hand anfangen, dann sieht es so aus, wie es so freie aussah. Ja, aber wir machen ja keine Buchstaben. Wir machen einfach nur Linien. Linien kriegen wir doch wohl frei Hand hin, oder? Ja, aber die müssen ja auch gut aussehen. Ey, wir können auch auf einer Pappe einfach trainieren. Also ich würde die volle Verantwortung dafür übernehmen. Das stimmt meine Kreise. Jetzt gibt's Griffe. Ja, wirklich, wenn wir das nämlich so grundiert hätten einfach. Haben wir doch. Quasi. Wo ist die Pfeile? Where is the Pfeile? The Pfeile is on my desktop PC. Geil. Okay, Knoten rein. Und dann? Brake check. Zwei Dings check. Ziehleine fürs Auto. Check. Dann können wir eigentlich losfahren. Das ist so kalt. Meine Füße sind grad wirklich taub einfach. Meine Füße sind einfach komplett taub. Oh, alter Schuhe. Nike Sportschuhe. Für Schnee gibt's keine drei Punkte. Dereohl. Da kann ich dir händen? Ach, euch, ja. Knoten. Ich bin relativ. Das ist nicht so nett verdient. Da. Und da. Deine letzten Worte Scheiße So einfach das einzuschätzen Weil ich fahre und auf einmal du so wow Das ist legit nicht einfach das einzuschätzen Das ist so gut ich will noch mal aber ich will noch mal ein bisschen einfach weil hier angst irgendwo gegen zu fliegen man ist halt so unsicher da bist du auch ein bisschen weggerutscht das ist einfach ein loch in der hose dann ist auch ein loch in mir drin scheiße ich habe die gopro festgehalten so ich sag mein arsch ist richtig aufgerissen einfach das ist einfach ein loch in der hose dann ist auch loch in mir hier ist eine karotte wollen wir jetzt irgendwas sagen nee abonniert den kanal dann möchte ich sagen tschüss ich fand es richtig cool heute jetzt habe ich noch mal was ich mache so direkt auf die dingsprozungen freunde beim nächsten wieder einschalten